Ich bin Howard Ivan Luhn. Willkommen zur Jubiläumssendung. Seit 20 Jahren begehen wir nun schon gemeinsam jedes Jahr am 1. Dezember den Welt-Aids-Tag. Mit Pauken und Trompeten. Mit Schleifchen und Promis und Stars und Politikern und Wichtigtouren. Und jedes Jahr mit einem neuen Motto. Damit man's nicht verwechselt. Und jedes Jahr wieder versuche ich euch aufs Neue klarzumachen, dass es nicht vorbei ist. Aids ist nicht verschwunden. Aids ist nicht heilbar. Aids ist unter uns. Und was sagt ihr dazu? Oh, gib mich doch nix an. Mir doch egal. Kriegen doch eh nur Randgruppen. Irrtum. Aids geht uns alle an. Alle hatten Angst vor der Vogelgrippe, vor einer möglichen Pandemie. Aids ist eine Pandemie. Immer mehr Menschen stecken sich an. 4,3 Millionen jedes Jahr. Und ihr wollt mir erzählen, es ist vorbei? Durchschnittlich ist weltweit 1% der 15- bis 49-Jährigen infiziert. Und ihr wollt mir erzählen, ihr wisst, wie man sich schützt. This is the panic button. Schaltet euer Hirn ein. Prävention ist die einzige Maßnahme gegen HIV. Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder ein. Am 1. Dezember zur Fanloon Show. Mit Howard iFanloon. Informiert euch und reiht euch ein. Damit die letzten 20 Jahre nicht umsonst waren.